Da steht sie, meine geliebte kleine Marisa. Und ja, ich werde das auf jeden Fall wagen. Ich werde es wagen, sie gleich hier auf die Reise zu schicken. Es ist kalt, es ist saukalt, aber es ist überhaupt kein Wind. Also die Vorhersage mit dem Starkwind, die stimmte nicht. Jetzt werde ich mal gucken, wann es genügend Satelliten gibt. Dann geht das eben gleich auf die Reise. Dann bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. Also drückt mir die Daumen, dass sie wiederkommt. Dann geht es, was dabei rauskommt. Dann geht das eben auch nicht. Dann geht es, was dabei rauskommt. Dann geht es, was dabei rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.